Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Uncharted 4. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir zocken heute weiter hier und sind hier immer noch im Gefängnis auf der Flucht. So. Ja, 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 ich helfe dir. Wo sollen wir denn jetzt langschieben? Nach vorne oder nach hinten? So richtig. Ah, ja, ja. Alles klar, alles klar. Rein da, rein da, rein da. Uh, 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 uh. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Oh. Die sind schon in absoluter Alarmbereitschaft. Ich wollte schon gerade sagen, beleidshaft. Oh, wir sind hier. Oh, oh, oh. Da ist er, da ist er. Hoch, da, hoch, da, hoch, da. Wow, 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 schnell weg. Wo will er denn jetzt lang? Wenn der hoch, wo sollen wir lang? Oh, das hat nicht geklappt. Moment, wir müssen einmal rüberspringen. Wow. Ja, das hat geklappt, okay. Wo ist er jetzt? Banana. Hoch, da. Also, alles klar. So, und jetzt? Okay, geht weiter. Ich bin hinter euch. Wo soll ich weitergehen jetzt? Hier, oder was? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, da, okay. Oh. Bedroh. Shit, 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 shit. Da war ich doch etwas zu übereifrig. Dank der supercoolen... Oh, mau. Nee. Das war noch nicht richtig. Nein, 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 nein. Ach. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Okay, so. Und da jetzt rüberspringen? Anders geht's doch gar nicht. Oh ja, das geht's. Alles klar, okay. Hoch, 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 hoch. Ich habe weiter, 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 weiter. Krass, normal. Immer rüber da. Geh rüber, 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 rüber. Oh, krass, krass. Was ist hier los? Zieh dich hoch, Sam. Komm, 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 komm. Das schaffen wir. Komm, wir, komm hoch. Komm, Sam. Nein, der ist... Scheiße, ist ja getroffen. Halt dich fest, Sam. Oh, nee, das gibt's doch nicht. Oh, shit. Oh, nee. Das darf der jetzt nicht wahr sein. Nein, er ist doch tot. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist aufs anderen Seite. Er kann nicht tot sein. Nein, ich kann... Ich... Ich lass sie nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Wie du willst. Oh, shit. Ja, wir müssten doch mit ihm gehen, das nützt nichts. Nein, nein. Wir müssen hier mit... Wir müssen hier mitgehen, das nützt nichts. Okay. Okay, ich muss hier raus. Ich kann ihm momentan nicht helfen. Los, weg hier. Komm, ich komme. Okay, ich muss weiter. Oh, Chiquito. Oh. Wir haben's geschafft. Hoffe ich. Hoffe ich. Das sieht gut aus. Jawohl. Das war erst das Intro. Das ist ja der absolute Burner. Das war erst das Intro. Jetzt geht's los. Jetzt geht das Spiel jetzt richtig los hier. Ein heftiger Anfang. Mein Gott. Was für ein Intro. Spektakulär. So, kann man hier schon weiterstellen. Ich darf das sowieso hier alles eigentlich nicht zeigen hier. Na gut. Ja, bis jetzt absolut spektakulär, das Spiel. Bin absolut geflasht. Aber es war auch nicht anders zu erwarten. Bei Naughty Dog sind eben eine der besten Spiele-Designer. Ja, neben meiner absoluten Lieblingsfirma, Ubisoft. Ubisoft finde ich auch richtig cool. Die machen auch sehr gute Spiele. Das ist jetzt für eine kleine Zeitreise noch durch die alten Spiele eben gewesen. Und jetzt sollte es dann auch losgehen. 15 Jahre später. Wow, was für eine Monster-Grafik hier. Ein Job in Malaysia. Schauen wir mal. Wow, ist das hübsch. So, hier muss man eigentlich irgendwo. Oh mein Gott, ist das hübsch. Da ist was. Oh, ein Schatz. Doch kein Schatz. Das ist an den Felsen zerschämt und... Hey, du hast nur Schüls. Sorry. Sieht aus wie ein Stück unseres Wachs. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Drake. Aber sowas. Oh, hier ist was. Tauchen wir mal weiter runter. Da, L3. Da kann man irgendwie rein. Ja, da ist er ja. Ich hab ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Was haben wir denn hier? Okay, ich sehe die Fracht. Die meisten Kisten sind wohl noch da. Weißt du, wie viele? Dafür muss ich wohl reingehen. Warte kurz. So, hier kommen wir runter. Und rein da. Okay, dann mal los. Oh, und auf. So. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Mal sehen, wir sind eins, zwei... Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erst mal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaff das. Ja, meine Lieben, und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten spannenden Folge. Ich bedanke mich fürs Erste bei euch, für euer Interesse. Lasst doch bitte Feedback oder Kommentar da. Würde mich sehr freuen. Bleibt gesund, ihr Lieben. Vielen Dank. Macht's gut und ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.